So, wir haben hier zwei bekannte Gesichter getroffen auf dem Violetta-Fan-Event, nämlich Lisa und Lena. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch echt. Seid ihr Fans von Violetta? Ja, schon so. Habt ihr die ganzen Folgen gesehen? Nicht, Anja Bonpard. Wer ist euer Lieblingsdarsteller? Das kann ich gar nicht sagen. Es sind alle cool. Den Film auch schon gesehen? Nee, noch nicht. Sehr gut, ich hab ihn schon gesehen. Er ist wirklich sehr, sehr schön. Ich muss noch Leon anrufen und meine Familie besuchen. Leon dreht gerade ein Video in Los Angeles. Er hat eine Menge um die Ohren. Du bist ein Star, Kleiner. Ihr wart ja jetzt auch gerade im Fernsehen. Bei Spotlight wart ihr zu sehen. Wir suchen den Thomas. Ihr seid doch Lisa und Lena, oder? Ja. Könntet ihr euch auch vorstellen, wirklich eine eigene Serie zu drehen? Ja, doch. Ich denke, das ist auch unser Ziel, einfach schauspielerisch zu drehen. Und welche Richtung dann? Also irgendwie eher Mystery oder Action? Ich glaube, dafür sind wir sehr offen. Also ist für uns egal. Ja, man schaut mal, was auf uns zukommt. Habt ihr irgendwie eine Lieblingsserie? Lebt ein Maddie. Mag ich. Es ist natürlich auch eine Zwilling, ne? Es würde eigentlich ganz gut passen. Ich hab Pretty Little Lions. Also ist gerade meine Lieblingsserie. Die ist auch sehr, sehr gut. Ja, vielen Dank für das Interview. War es eigentlich auch schon. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß und habt einen schönen Heimflug. Dankeschön. Danke. Danke. Anybody want to sing with us? Ja? 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 Ja.